In diesem Video zeige ich dir, wie du dir in Logic mit Smart Controls so abgedrehte Effekte bauen kannst. Also bis gleich. Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Falls du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir als erstes und unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du zügiger, schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Viele wertvolle Tipps unbedingt runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt geht's los. Wie du im Intro schon gehört hast, habe ich diesen Beat, das ist ein ganz normaler Logic Beat, hier manipuliert und zwar mit verschiedenen Effekten, mit recht vielen Effekten sogar. Und der Witz da dran ist, ich habe diese Effekte mit einem Drehregler nur gesteuert. Hören wir uns diesen Loop erstmal so an. Ich schalte alle Effekte jetzt mal ab, die ich hier reingeladen habe, die erkläre ich dir gleich und wir hören mal an, wie dieser Loop hier klingt. Und so weiter, ganz normaler Logic Loop. Jetzt möchte ich diesen Loop interessanter machen und ich möchte ihn in Echtzeit manipulieren können. Und deswegen habe ich jetzt hier als erstes mal einen Randomizer reingeladen. Das ist jetzt in diesem Fall hier ein MIDI FX Plugin. Das bedeutet, ich kann hier MIDI Noten manipulieren. Und wenn ich jetzt diese mehrere Effekte, die ja noch dazu kommen, nachher mit einem Drehregler steuern möchte, dann muss ich diesen Drehregler erstmal zuweisen. Und das geht ganz einfach und zwar hier über Smart Controls. Das siehst du an diesem Rädchen hier. Und was du jetzt hier siehst, ist diese Smart Control Fenster, dieses Smart Control Panel. Du kannst dir übrigens auch andere Paneels wählen oder je nachdem, was dir besser gefällt. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde den hier immer ganz gut, aber in diesem Fall brauchen wir ja nur einen Drehregler und den müssen wir jetzt zuweisen. Und nichts geht einfacher als das in Logic. Und zwar siehst du hier unten in diesem Fenster. Falls du das übrigens nicht siehst, musst du auf Info drücken oder auf den Info-Button hier drücken. Dann siehst du das. Und hier unten siehst du jetzt externe Zuweisung. Alles, was du jetzt machen musst, ist, auf Lernen zu gehen und dann in deinem Keyboard, Controller, was immer es auch ist, diesen zuweisen. Ich möchte jetzt gerne mein Modulationsrad zuweisen als Controller. Und ich gehe jetzt hier einfach auf Lernen. Ich drehe hier an dem Rad. Und das war es jetzt wichtig. Danach ist nur, dass du das Rädchen wieder abschaltest. Und wenn ich jetzt an dem Controller drehe, siehst du zunächst mal noch nichts, weil ich noch nichts zugewiesen habe. Aber wir sehen hier schon, dass er hier aktiv leuchtet. Jetzt habe ich hier bei dem Parameter Mapping, hier siehst du hier schon den ersten Reiter und der bedeutet, oder hier steht Ungemapped. Das heißt, ich habe also noch nichts zugewiesen. Ich erkläre dir auch gleich, wie du ein neues Mapping erstellen kannst. Also wir nehmen mal dieses Ungemapped jetzt hier und ich möchte diesen Randomizer. Hier kann ich, den habe ich auf Input Range eingestellt. Das heißt, ich kann hier einstellen, wie viele Noten er triggert. Und das ist jetzt ganz interessant. Oder wie die Range von den Noten ist, die er triggert von den MIDI-Events. Das ist jetzt ganz interessant bei so einem Drum Loop hier. Und jetzt gehe ich hier einfach auf Lernen und kann jetzt hier an diese Input Range ziehen. Und jetzt siehst du auch schon, dass sich der hier unten bewegt, dieser Drehregler. Ich habe es jetzt mit der Maus gemacht. Und wenn ich es jetzt mit dem Modulationsrad mache hier, ich habe die Maus nicht in der Hand, dann kann ich diesen Regler hier unten auch drehen. Ja, das klingt jetzt bei so einem Drum Loop ganz interessant, wenn ich es hier aktiviere. Denn er triggert jetzt entweder mehr oder weniger Samples von diesem Drum Loop hier. Und das klingt dann so, wenn ich hier dran rumspiele. Okay, das ist schon mal ganz spannend. Ich kann jetzt über mein Modulationsrad hier die Input Range steuern, also wie viele Samples er von diesem Drum Loop triggert. Schon mal ganz spannend. Wir wollen es aber natürlich noch spannender machen. Ich mache mal hier den Randomizer wieder zu und wir nehmen mal ein normales Plugin. In diesem Fall ist das ein BitCrusher. Hier kann ich den Drum Loop verzerren, ja, und zwar über den Drive Knob. Und den möchte ich jetzt als nächstes steuern und den weise ich auch wieder meinem Modulationsrad zu, ja, sodass ich dann jetzt gleich zwei Effekte über einen Drehregler steuern kann. Dazu gehe ich hier wieder auf Parameter Mapping und wir wählen hier aus Mapping hinzufügen. Okay? Ich gehe hier rein und jetzt siehst du, hier ist wieder ungemappt. Wir gehen hier wieder auf Lernen und ich steuere jetzt oder sage ihm den Drive hätte ich gerne. Hier geht übrigens das Lernen von selber aus. Hier unten musst du es selber abschalten. Und jetzt kann ich auch über mein Modulationsrad hier wieder den Verzerrungsgrad sozusagen steuern über den Drive. Hören wir uns mal an, wie sich das anhört jetzt. Okay, wenn ich jetzt den Drive ganz hoch drehe, dann finde ich, dass die Verzerrung ein bisschen krass wird. Also das ist ein bisschen extrem. Und das Coole jetzt an dieser Sache hier bei diesen Smart Controls ist, dass ich das jetzt steuern kann. Ich kann auch den, wie weit dieses Rad hier oder diese Drehregler laufen kann, das kann ich auch steuern und zwar hier über skalieren. Ja, ich öffne das mal. Und jetzt siehst du hier den Drive. Ja, das ist also diese Kurve. Das ist hier eine lineare Kurve. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte auch, wenn ich meinen Modulationsrad ganz nach oben drehe, nicht, dass der Drive-Regler hier, also er hier, dass er ganz aufgerissen wird. Ja, und deswegen ziehe ich ihn einfach runter. Ich sage mal, ich hätte gern so die Hälfte. Ein bisschen schwierig zu sehen hier oben, aber hier ist tatsächlich ein Greifer. Den kannst du dir hier packen. Ja, so um die 60 circa, könnte ganz gut sein. Und dann geht er jetzt, wenn ich mein Modulationsrad ganz nach oben drehe. Ich mache es jetzt bis auf Anschlag hoch. Das siehst du hier unten. Jetzt will ich drauf zeigen. Das kannst du ja gar nicht sehen, mein Finger. Also du siehst hier unten, ich muss mit der Maus drauf, dass ich hier ganz voll aufdrehe. Und du siehst aber hier oben, dass es nur zur Hälfte aufgeht. Das habe ich jetzt über dieses Skalieren festgelegt. Und jetzt verzerrt er mir nicht so extrem, dass es mir hier aus dem Ruder läuft. Klingt ganz gut. Haben wir schon reingehört. Wir hören es gleich nachher nochmal. Und jetzt probieren wir nochmal was Krasseres. Jetzt haben wir zwei Effekte, die wir steuern können. Und jetzt nehme ich noch einen Scripter. Mit einem Scripter, den möchte ich jetzt hier nicht genauer erklären, kannst du scripten. Also du kannst JavaScript programmieren und kannst dadurch auch Sounds und eigene MIDI-Instrumente programmieren. Ich habe mir das jetzt hier einfach gemacht. Ich habe mir einfach ein Preset ausgewählt. Ja, Stutter hier unten. Aber ich bin nicht der große Programmierer. Da fehlt mir die Geduld und das Know-how sowieso. Ich habe hier einfach ein Preset rausgewählt. Auch mit dem Scripter kannst du ganz spannende Sachen machen. Also ich möchte jetzt zusätzlich zu meinem Randomizer, der unterschiedliche Samples triggert von dem Loop und zusätzlich zu meinem Bitcrusher, mit dem ich den Loop nochmal verzerren kann, möchte ich ihn jetzt auch stottern lassen. Und natürlich auch wieder über den gleichen Drehregler. Ja. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Mapping hinzufügen. Da sind wir wieder bei Ungemappt. Wir gehen auf Lernen, auf Starter. Und das war's schon. Jetzt hier wieder Modulationsraddreh. Dann siehst du auch schon, dass das funktioniert hat. Und auch hier geht das bis zwölf, ja, Stotter-Einheiten, nenne ich es mal. Und ich weiß auch schon jetzt, dass mir das zu viel ist. Und deswegen gehe ich hier einfach wieder auf Skalieren. Und in so einem Fall zeigt er mir jetzt hier so ein abgestuftes Raster an. Das möchte ich nicht. Ich mache es einfach auch so wieder. Also ich habe jetzt einfach hier dieses, diesen Haken hier unten weggesetzt. Dann hast du wieder dieses diagrammmäßige, die diagrammmäßige Ansicht, die ist mir lieber. Und ich möchte auch hier wieder nur, dass er praktisch bis auf sechs, ja, sagen wir mal, auf sechs Stotterer sozusagen hier runter geht. Hier siehst du jetzt sechs. Und dabei belassen wir es mal, dass es nicht zu wild wird. Ja, das ist speziell, wenn du mit so vielen Effekten arbeitest, muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht komplett durchdreht hier, weil ansonsten kommt nichts Gescheites mehr dabei raus. Okay, also sechs Wiederholungen macht er mir. Und jetzt hören wir mal rein. Wir triggern jetzt mit einem Drehregler drei Effekte. Okay, das klingt schon mal ganz spannend. Und zu guter Letzt probieren wir nochmal einen Effekt und wir laden jetzt noch einen Tape-Delay rein. Ja, ich kann ja schon mal wieder alle Effekte aufreißen. Dann kannst du beobachten, wie die sich praktisch hier alle auf einmal bewegen. Und jetzt nehme ich noch das Tape-Delay dazu. Und hier möchte ich den WET-Regler steuern. Ja, also ich möchte einfach, ich habe das direkt im Kanalzug und ich möchte jetzt steuern, wie er oder wann er die Wiederholungen reinführt und wann er sie nicht reinführt. Also diesen WET-Regler hier. Ja, gleiches Prozedere. Ich gehe hier wieder auf Mapping hinzufügen. Erst wird ungemappt. Auf Lernen. Ich drehe wieder hier den WET-Regler nach oben und nach unten. Und jetzt kann ich auch wieder, ach so, ich wollte es ja offen lassen, kann ich auch wieder hier steuern, wann er auf und wann er zu ist. Jetzt haben wir hier vier Effekte und alle steuere ich mit diesem Modulationsrädchen hier. Und jetzt müssen wir in ungefähr da sein, wo wir beim Intro auch schon waren. Okay, wie hat dir das gefallen? Wirst du das auch mal ausprobieren? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Oder hast du noch eine andere Möglichkeit, wie du abgedrehte Effekte in Logic baust? Auch das würde mich interessieren. Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Lass es mich wissen. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!